Ja, guten Morgen hier. Guckt euch das mal an. Bisschen windig, deswegen hört man mich wahrscheinlich nicht so gut, aber gerade frisch aufgestanden. Jetzt gibt es einen kleinen Vorfrühstücks-Run. Il Comté. Schauen wir uns mal an, was der so kann. Passt ganz gut in so eine kurze Stunde rein. Deswegen nehmen wir den jetzt mit und euch auch. Also hier dran und noch zugemacht. Die Jacke, weil es noch kalt ist. Schön hier drin. Noooo! Hup! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020